Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, Menschen, die darauf bochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel. So wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Und dann ausschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischere eingreift. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hallo, ich bin Peter Prabeck, der Präsidentin der Nestle. Es gibt wahrscheinlich einige Verstände über meine Ideen auf Wasser. Let me make it clear from the beginning. I have always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. About 50 to 100 liters per day. But not to fill a pool or wash a car. There is a difference. If you wanted to, let's try and keep it clear from the theo. Let go. Vielen Dank.